Meine Mutter hat das Buch nicht gelesen, mein Vater hat das Buch auch nicht gelesen. Die können es nicht und ich glaube auch nach so viel, nach so langer Zeit ist es auch besser, sie tun es nicht mehr. Denn für meine Mutter ist es heute noch, wenn nur das Wort fällt, fängt die an zu weinen und hört Stunden nicht mehr auf. Und mein Vater nimmt die Tür in die Hand und rennt raus. Und mein Vater hat nur einen Satz, einen ganz berühmten Satz, der ist, ich weiß nichts mehr, ich kann mich an nichts erinnern, zack und weg. Der will, das ist für den die schlimmste Horrorgeschichte und meine Mutter, die würde heute noch zusammenbrechen. Die guckt auch keine, also ich glaube einmal hat es ein Interview im Fernsehen gesehen von mir, die guckt das nicht, die kann mein Buch nicht lesen. Und meine Brüder waren, ich glaube nach dem Lesen vom Buch tagelang traumatisiert, weil natürlich auch unsere Geschichte von zu Hause drin ist. Das zieht die natürlich auch mit runter. Also daheim ist das kein Thema. Meine Mutter, die sagt nur, ich bewundere dich, sagt sie, wie du das machst und wie du das alles so auf die Reihe bringst. Und deswegen muss ich auch so Interviews, das muss ich schon sehr, muss ich schon sehr gut aussuchen. Ich kann auch nicht zu viel machen. Also ich könnte jetzt nicht heute das nochmal machen oder direkt morgen oder so. Das ist, dann ist es schwierig. Und das kann ich, habe ich gelernt zu dosieren und, aber mit der Familie daheim, ne. Ich glaube nur, es gibt Freunde, engste Freunde, denen ich die Geschichte erzählt habe. Aber die können das auch kaum aushalten, ne. Da sitzt man dann natürlich noch länger und dann erzählt man da natürlich noch, noch ein bisschen mehr ins Detail, was viel, viel grausamer ist, ne. Und, ne. Aber zu Hause, ne. Und, jetzt sehen wir. Hier sindoly. Hier sind wir ja. Vielen Dank.